Was geht ab Leute, der Panda ist vielleicht back am Start mit einem brandneuen Call of Duty Informationsvideo zu Black Ops 3 Und heute geht es mal um eine ganz interessante Neuigkeit, nämlich gibt es den Level Cap Increase auf Level 34 Wir werden neue Modi dazu bekommen, die neue Map kommt auch noch dazu Und ja, wir kriegen die VMP, SMG, den Orbi kriegen wir dazu, Powercore, Scorestreak und den Reaper Specialist Uplink wird auch noch dazukommen und die Map Stronghold Wir können endlich, endlich den Orbit spielen Level 34, ich bin jetzt Level 28, werden noch ein paar andere Videos folgen Ich hoffe ihr seid mir nicht allzu böse, ich arbeite ja gerade aktuell an Demontage Ich wollte eigentlich nur kurz dieses Informationsvideo raushauen Und ja, grundsätzlich geht das los Pacific Time 10am heute ungefähr, das kann ein bisschen davor, ein bisschen danach sein Das heißt 9 Stunden oder 8 Stunden später, das heißt 18 Uhr ungefähr Ich weiß nicht genau, ob sie das wieder ein bisschen davor machen oder danach Der Bad Wonderher hat es auf Twitter angekündigt Und ja, jetzt ist es offiziell, es wird heute kommen Noch bis Sonntag geht die Beta auf der PS4 Wir sind alle sehr gehypt, mal gucken wie es jetzt so ist, wenn der Orbit dabei ist Aktuell habe ich so ein bisschen gemischtete Gefühle Dazu werde ich wahrscheinlich auch nochmal ein Video danach machen, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe Das wollte ich euch alles nur kurz mal sagen Macht das gut, haut da rein, bis zum nächsten Mal, ciao